Tiefgefrorene Pralinen aus dem 18. Jahrhundert hochholen und, ähm, Werner, einer der ersten ist, der die probiert. Werner hat seitdem Probleme mit seinem... Ja, Mann, lass mich doch mal zu Ende erzählen, wir haben noch Zeit hier, das ist keiner hier. Ich kann doch alleine mir noch eine Geschichte erzählen. Müsst ihr ja nicht zuhören! Also, Werner hat, seitdem hat er, äh, hat er gar nichts, die war ganz gut, die Pralinen. So, unser nächstes Stück heißt Druck. So, unser nächstes Stück heißt Druck. Druck, verdammter Druck, viel Druck, wie ein Druck. Nichts wie ein Herz, was auch mal lachen will. Ein Herz, mein Herr. Ein Erotiergehege, das aufs Welt geschieht, Toaster, Hall und Stein. Ein Erotiergehege, das aufs Welt geschieht, Toaster, Hall und Stein. Ein Erotiergehege, das aufs Welt geschieht. Toaster, Hall und Stein. Ein Erotiergehege, das aufs Welt geschieht, Toaster, Hall und Stein. Die Dreckige Soße, die überall rausläuft, die nicht schmeckt. Aber alle fressen wir die, wenn sie nicht anders kennen, die Dreckige Soße, die überall rausläuft, die nicht schmeckt. Aber alle fressen wir die, wenn wir sie nicht anders kennen. Die Dreckige Soße, die überall rausläuft, die nicht schmeckt. Aber wir fressen diese Scheiße, wir fressen sie alle. Das ist doch Druck. Verdammter Druck. Verdammter Druck. Dreckiges Druck. Nichts für ein Herz. Was auch mal lachen will. Ein Herz. Mein Herz. Ein Erotiergehege, das aufs Welt geschieht, Toaster, Hall und Stein. Ein Erotiergehege, das aufs Welt geschieht, Toaster, Hall und Stein. Alle das Tiergehege, das man selbst bezieht, toter Hand und ein Stein. Alle das Tiergehege, das man selbst bezieht, toter Hand und ein Stein. Thank you very much. Dankeschön. Sehr aufmerksam.